Komm doch einfach mit rein. Oh, nein, ist schon viel zu spät. Okay. Wer war'n zuletzt oben? Du oder ich? Was soll'n das werden? Oh, ich hab'n nur überlegt, ich bin doch müde! Sag Herren zu mir, du widerlicher kleiner Wurm! Ehrlich, manchmal ist man als Single echt am Arsch. Oh, nein! Oh, nein! Vor einigen Jahren haben meine Freunde und ich ne Wette abgeschlossen. Okay, Jungs, seid cool, ne Tomcats-Wette? Der letzte Single kassiert den Pott. Du bist raus, wenn du schwul wirst, Gary. Gary ist raus. Ich brauche so dringend die Kohle. Gib mir die 7, die... Sie schulden uns 51.000 Dollar. Plus die Minibar. Da komm' ich nur wieder raus, wenn ich den letzten von uns Tomcats... Oh, yeah, baby! ...unter die Haube kriege. Hey, wir haben grade deine Freundin überfahren. Freundin will ich nicht gehört haben. Zum Glück hatte ich meine Geheimwaffe. Fuck the lady! Also, du müsstest Kyle innerhalb eines Monats heiraten. Ich heirate niemals. Klar, Süße? Überhaupt kein Problem. So unfohl wird das schon nicht sein. Ich glaub's einfach nicht. Ich hab Natalie direkt in die Fänge des Satans geschickt. Meine Augen! Revolution Studios präsentiert... ...Dies Firma hat da was entwickelt. Das ist schärfer als Viagra. ...eine Komödie... ...davon kann man glatt zehn Flaschen saufen. ...die zeigt, wie hart es sein kann. Wir sind alle sehr erregt, heute hier zu sein. Offensichtlich. Single zu bleiben. Wollen wir Körperflüssigkeiten austauschen. Besonders hart für die Jungs... ...und die verkneifst du dich nicht. ...die immer nur an das eine denken. Aber wer zuletzt kommt, kommt am besten. Dass sie flachlegen. Die erste, die dir begegnet. Die erste, die dir begegnet. Hi. Zauberhaftes Lächeln. Die zweite, die dir begegnet. Tomcats. Wahnsinn. Ich weiß schon immer mal von der Domina vertraschen werden. Jetzt kommt Domi! Jetzt kommt Domi! Ja! Das muss ich nicht verkaufen. Untertitelung des ZDF für heute.